Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Update-Video und ja, ich sag's ja fast bei jedem Video, aber diesmal ist es wirklich lange her. Was gucken wir uns dieses Mal an? Es geht um drei Themen. Zum einen Spritzschutz, da hatte ich ja in einem der letzten Videos schon mal ein bisschen was zu gesagt und wir sind ein ganzes Stück weiter gekommen. Dann Terrasse, die ist ja direkt an dem Spritzschutz dran und zum dritten, das hängt auch alles ein bisschen zusammen, der Übergang von Terrassentür auf die Terrasse, der Terrassenaustritt. Gerade bei Spürer gibt es da drei Varianten, wir haben eine davon genommen und wir gucken uns dann an, wie wir das gemacht haben. So, ja, dann legen wir mal los. Wie gesagt, dieses Mal hat es ja wirklich etwas länger gedauert. Es kamen auch echt viele Fragen auf Facebook, in den Kommentaren, auf YouTube, sogar auf Instagram haben mich Leute gefragt, wann gibt es denn mal wieder was Neues? Und bevor wir auf die drei Sachen eingehen, die ich gerade erwähnt habe, nochmal ganz kurz was dazu, warum das manchmal länger dauert und warum es jetzt bei den letzten Videos vor allen Dingen länger gedauert hat. Zum einen habt ihr mich vielleicht kennengelernt über die Hausbau-Videos, das wirkliche Bauen des Hauses, was passiert beim Grundstück, beim Keller, beim Haus und so weiter. Und da waren natürlich Firmenzugange, viele Mitarbeiter, viele Menschen und da ist auch ordentlich was passiert. Beim Fertighaus ist es ja gerne mal so, eine lange Vorlaufzeit und passiert sehr viel und da konnten wir dann noch täglich oder eigentlich fast täglich auf jeden Fall wöchentlich zur Baustelle und so kamen dann ja auch die Videos und dann ist auch richtig was passiert, Schlag auf Schlag auf Schlag. Und in den Anfangsphasen, wo wir dann schon hier gewohnt haben, waren noch gewisse Dinge eingeplant, die auf jeden Fall in das Hausbudget fallen, die wir dann machen. Da war auch dann noch Urlaub eingeplant und da kam dann auch sehr häufig ein Video. Jetzt ist das so, dass natürlich jedes Projekt am Haus oder rund ums Haus oder im Keller vor allen Dingen eins braucht und das ist Geld. Wir sind leider nicht in der Lage, das nach und nach und nach und nach hinzulegen, sodass wir uns Terrassensteine kaufen, dann die Pflanzringe für den Hang, dann Pflanzen im Garten, dann den Kellerboden mit dem Trockenestrich, dann neuen Teppich oben. Alles Schlag auf Schlag. Leider ist das alles, natürlich kostet das alles Geld. Ihr wisst das wahrscheinlich selber ganz genau. Und von daher ist es manchmal auch leider auch so, dass das alles sich ein bisschen hinzieht. Zum Beispiel jetzt mit dem Spritzschutz. Da mussten wir gucken, was für Kantensteine nehmen wir überhaupt, um das einzufassen. Die sind auch nicht ganz günstig, aber das ist nicht so eine Kostenfrage gewesen. Das war vor allen Dingen zu Zeiten von Corona, ja, es ist ja leider so, auch eine Lieferanten- oder Lieferzeitfrage. Wenn du dann welche gefunden hast, hey, die finde ich schön, die passen zu unserem Konzept. Ja, dann kannst du erst mal gucken, wo du die bekommst, wo du die gut bekommst. Und vor allen Dingen, wenn du davon mehr als fünf oder so brauchst, dann kannst du die auch nicht so gut mit dem Privat-Lkw, äh, Privat-Lkw, ja, das wäre schön, mit dem Privat-Pkw besorgen. Weil dann würde mein, mein kleiner, äh, mein kleines Auto auch ganz schön in die Knie gehen. Das wäre nicht so gut. Und dann musst du also irgendeine Spedition, irgendeinen Lieferanten finden. Und, naja, wir wollten auch keinen, kein Kompromiss eingehen. Und dann sagen, ja, komm, dann nehmen wir die etwas hässlichere. Wir haben jetzt welche von, ähm, KAN genommen, von der Firma KAN, K-A-N-N. Und das passte sehr gut zu unserem Konzept. Ich weiß, es gibt noch EHL oder Lusit. Das ist, glaube ich, die Firma von, ähm, die man bei, ähm, wie heißen sie noch gleich, Hornbach. Ich meine, es ist Hornbach. Sehr gut bekommt. Aber da habe ich Kommentare darüber gelesen, dass die Maßhaltigkeit nicht so gut ist. Da habe ich einen gelesen, der hat gesagt, dann stell mal vier so hin, im Uhrzeigersinn, und die berühren sich nicht. Maßhaltigkeit gleich null. Und dann hast du auch keinen Spaß daran, das, äh, damit zu arbeiten, damit zu bauen. Weil du achtest drauf als Laie wahrscheinlich, weil du es halt nicht kannst, nochmal doppelt so viel, dass das alles schön in Waage ist und so. Und dann liegt es daran, dass das, dass das Betonstück an sich verdreht ist oder was. Da hast du keinen Spaß dran. Also hat das ein bisschen gedauert. Äh, dann guckst du, welche Steine kommen als Schüttgut in den, äh, Bereich des Spritzschutzes rein. Ist auch eine Geschmacksfrage. Da muss man erstmal was finden. Und, ähm, ja, dann hatten wir den Spritzschutz. Dann die Planerei mit dem Terrassenaustritt. Ja, und dann die Terrasse. Und da kommt dann diese Sache zum Tragen, dass diese, ja, gerade wenn es um Thema Terrasse geht, das geht dann schon gerne mal ins Geld. Und dann muss man einfach sagen, weißt du was, dann müssen wir noch zwei, drei Monate sparen. Bevor wir uns jetzt was holen, was uns nicht gefällt, oder was vielleicht ganz nett ist, aber dann sehr schnell kaputt geht, ne, komm, dann lass uns lieber nochmal warten. Okay, zum Thema Terrasse kommen wir dann aber gleich, wenn wir die drei Punkte abarbeiten. Ich wollte euch jetzt nur mal so einen kurzen Überblick darüber geben, warum manche Videos, ja, oder warum es manchmal bis zum nächsten Video so lange dauert. Planungsschwierigkeiten oder, ja, einfach die Zeit, die ihr so eine Planung braucht, zu Zeiten von Corona-Lieferzeiten oder überhaupt, ähm, Verfügbarkeit der Baumaterialien. Und dann das dritte, einfach ganz banal die Kohle, äh, weil man muss manchmal sagen, okay, wir sparen dann nochmal ein, zwei Monate, äh, so zum Beispiel jetzt auch bei einer, bei unserer Hauseinfahrt oder unserem Hauseingang, ähm, das sollte wegen unserer Umstände, ähm, sich vielleicht doch, ja, ein Garten- und Landschaftsbauer angucken oder von dem gemacht werden. Ich weiß, das ist sehr viel teurer, als das selber zu machen, aber wir haben da gewisse Umstände, die es mir als Laien doch sehr schwer machen und das muss vernünftig sein, weil es da auch um Sachen geht, äh, dass das Wasser vernünftig abfließt zum Beispiel. Gut, das ist aber ein Thema für ein späteres Video. Wie gesagt, jetzt, äh, beginnen wir mal mit dem Thema Spritzschutz und gehen dann über in diesen Terrassenaustritt und dann geht's um die Terrasse. Ja, und dann muss man sich eine Ecke aussuchen, da fängt man an, ähm, das ist jetzt die Ecke, die auch auf der Seite ist, wo unsere Terrasse sein wird, das werdet ihr später dann noch sehen und da habe ich dann einfach mal angefangen. Eine Richtschnur gesetzt und dann ging's los, die Dinger einzubetonieren. Ihr seht schon dahinter an dem, ähm, Gitterrost des Lichtschachtes, da sind wir schon fertig mit dem, ähm, mit dem Spritzschutz beziehungsweise dem Sockel von dem Haus. Ich kann da mal ein bisschen näher ran. Dann sehen wir hier zum Beispiel, da sind jetzt die Riemchen und ihr seht ungefähr, ich hoffe, ihr könnt meinen Mauscursor sehen, bis auf diese Höhe werden, ähm, Steine angeschüttet und dann ist der untere Bereich der Riemchen, ich hab dann noch so eine halbe Reihe drunter gesetzt, damit ich einfach ein bisschen Puffer habe und der untere Teil wird dann nicht zu sehen sein. Der obere, also ungefähr eine Riemchen, ein bisschen mehr, eine Riemchenbreite wird dann zu sehen sein und das ist unser Sockel. Da drunter ist natürlich Dämmung und ihr seht, ich hab da einfach nicht mit Armierungskleber gespart, weil das ist mühsam. Das ist sowieso ein mühsamer Bereich, eine mühsame Arbeitshöhe und dann hab ich einfach hingekleistert. Zur Not ist es halt nochmal ein Schutz für das Dämmmaterial und ich hab das dann nochmal einmal überstrichen mit grauer Fassadenfarbe, damit es nochmal ein bisschen geschützt ist, einfach weil der Bereich gerade offen war und ich gehe da wahrscheinlich nie wieder dran. Und hier seht ihr auch nochmal, wie wir das gemacht haben mit der Dämmplatte vom Lichtschacht. Ich weiß, das ist nicht die allerschönste Lösung. Man sieht schon, dass es sich ein bisschen abhebt, aber so sieht man es noch am wenigsten. Wir haben also nach oben hin hier die Lücke geschlossen, von der Platte nach oben hin, auch mit Armierungskleber einfach und dann glatt gezogen und dann haben wir das in einer Farbe gestrichen, die dem Grau recht ähnlich ist. Und zwar haben wir einen etwas dunkleren Ton genommen, weil das Grau der Riemchen, je nach Licht ist das auch dunkler. Auf dem Foto kommt das natürlich nicht so gut rüber. Das ist ein sehr starker Kontrast, in echt ist der nicht so viel. Und die Riemchen dunkeln natürlich auch noch nach. Und dann passt das viel besser zusammen. Wir werden das auf anderen Fotos wahrscheinlich noch sehen und da werdet ihr auch sehen, dass der Unterschied gar nicht so schlimm ist. So ging es dann also weiter. Entlang der Richtschnur da, entlang der langen Wand und um die Ecke rum. Immer schön mit Knieschoner. Und bis wir dann schließlich zu den Terrassenaustritten gekommen sind. Die Ecke, wo ich angefangen habe, müsst ihr euch vorstellen, geht nach links hier rüber. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie kommen wir denn am besten aus der Terrasse raus. Und dann, wie ihr seht, haben wir uns für Blockstufen entschieden, die auf einem Betonbett sitzen. Ich weiß, das ist eine ganze Menge Beton. Das hätte man anschütten können mit Schotter. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt mit Schotter anschütte, dann muss ich den wieder verdichten. Die Oberfläche, die ihr hier seht, die ist verdichtet. Da passiert überhaupt nichts mehr. Und dann haben wir einfach in den sauren Apfel gebissen, haben uns gesagt, komm, dann holen wir eine Rutsche mehr Beton, kippen das dahin und dann bewegt sich da auch nichts mehr. Du trittst jeden Tag mehrmals oder auf jeden Fall sehr häufig auf diese Blockstufen, wenn du rein, wenn du rausgehst. Und von daher haben wir die schön in Beton gesetzt. Da bewegt sich gar nichts mehr. So sieht es nochmal von vorne aus. Das Ganze war noch, als es ein bisschen wärmer war. Ihr seht es, ich bin da mit kurzen Hosen unterwegs. Die Dinger zu transportieren, ist auch echt ein Kreuz. Vor allen Dingen, die in diese Position zu bringen. Wir haben das mit Tragegurten gemacht. Das heißt, meine Frau und ich haben die genommen, hingeörgelt, dann runter und dann mit dem Fuß so leicht unter die Fensterbank und an die Hauskante herangesetzt. Das ist natürlich jetzt nicht ganz an der Wand. Dahinter ist also immer noch Luft. Da ist jetzt nicht ein Bereich, wo man sagen kann, da kann sich Feuchtigkeit an der Wand anstauen oder so. Da ist ja, wie gesagt, noch Luft hinter. Ja, und dann haben wir die da hingesetzt und dann waren die im Beton. Natürlich ein bisschen höher. Und dann hieß es, mit dem Gummihammer kloppen. Bis die dann richtig gesessen haben und in Waage sind, natürlich mit Gefälle, dass es von der Hauswand weggeht, ist ja klar. Ja, und der nächste Schritt war dann schon mit Steinen füllen. Ihr seht jetzt hier das Endergebnis an einer weiteren Hausecke, die wir vorher nicht gesehen haben. Hier seht ihr zwei Lichtschächte nebeneinander. Der eine ist ein normaler Lichtschacht für ein Fenster. Der andere ist für Zuluft der Heizung. Und dann haben wir das einfach mit recht grobem Stein gefüllt. Und die Steinsorte, die ihr da seht, das ist Icy Blue. Die haben wir uns im Internet bestellt mit einem Big Bag. Kam die dann geliefert. War leider auch zu Zeiten von Corona. Ist immer schwierig, sowas zu bekommen. Deshalb war übers Internet war es eigentlich recht gut, das zu bestellen. Und es lief auch gut ab. Alles ohne Probleme. War ein echt netter holländischer LKW-Fahrer. Und kann ich eigentlich nur empfehlen. Denn Icy Blue sieht richtig schön aus. Ja, hier jetzt nochmal eine Perspektive weiter. Links sehen wir die Lichtschächte, die wir gerade gesehen haben. Und für diesen Lichtschachtbereich und auch noch für unsere Lüftung haben wir das ein bisschen weiter nach außen gestellt und sind dann zurückgefallen auf die vorgeschriebenen 30 cm. Und so wird dann auch ein Weg da entlanglaufen, entsprechend mit dieser Kante drin. Und hier sehen wir dann die Ecke, wo wir angefangen haben mit dem Spritzschutz. Allerdings natürlich jetzt fertig mit dem fertigen Spritzschutz. Ihr seht, der ist befüllt. Und man kann hier auch erkennen, dass die Riemchen noch zu sehen sind, aber bis zu welcher Höhe die ungefähr gefüllt sind. Außerdem sind jetzt auch alle Blockstufen fertig gesetzt. Wir haben das in der vollen Breite gesetzt, damit das jetzt nicht irgendwie asymmetrisch aussieht. Das sind fünf Blockstufen. Die sind etwas breiter als, sagen wir mal, die beiden Fensterbänke zusammen. Aber das sieht eigentlich ganz schön aus. Für eine schöne Abschlusskante zwischen den Blockstufen und der Hauswand habe ich da noch ein bisschen Silikon abgezogen und dann die Fugen zwischen den Blockstufen auch noch mit anthrazitfarbenem Fugenmaterial gefüllt. Das ist sowas, das nennt sich Nano-Fug. Soll wohl sehr gut verlaufen, frostsicher sein, selbst reparierend und natürlich auch, da kommt kein Unkraut zwischen. Ja, und außerdem sieht man schon die Einfassung für die Terrasse. Wir haben eine Terrasse, die wird in diesem Bereich sein. Da ist dann auch eine Markisenvorbereitung in der Hauswand. Also da, wo die Schippen sind, natürlich weiter oben. Und man sieht, das Ganze ist mit denselben Steinen eingefasst. Und wir sehen auch schon hier an dieser Ecke, wo die Oberkante der Terrasse sein wird. Das heißt, man hat ungefähr zwei kleine Tritte zu machen. Der erste Tritt ist auf die Blockstufen und der zweite Tritt dann ins Haus rein oder auf die Fensterbank, dann ist man ja an einer Ebene. Und wir finden es eigentlich ganz gut so. Man hätte es noch ein bisschen anders machen können, dass die Terrasse auf die Höhe von den Blockstufen kommt. Das wäre uns aber eine zu hohe Geländehöhe für den Rest des Gartens gewesen. Und so haben wir das eigentlich ganz gut gelöst, indem es eine Art Mittelweg ist. Weiter hinten, da wo die Schippe steht, sieht man jetzt auch, wie die Lichtschächte eingefasst sind. Und hier seht ihr jetzt auch, warte ich, zoome da nochmal gerade ran, dass das Grau sich eigentlich ganz gut einfügt. Das ist nicht so ein krasser Unterschied. Ja, hier jetzt schon ein paar Tage später. Man sieht, ich hatte immer gute Gesellschaft von unserer Katze. Die hat mir immer mit sehr großem Interesse zugeguckt und aufgefüllt mit Schotter, also mit Frostschutz. Und ja, wir mussten ungefähr, wie viel haben wir aufgefüllt? 6-7 cm Frostschutz und die Terrasse ist nicht so groß. Und dann habe ich das mit Hand gestampft. Der Nachbar hat mir den Handstampfer ausgeliehen. Und ja, das sind 4,5 x 3,20 m kann man machen. Ich wollte mir für das kleine Ding nicht eine Maschine leihen. Und es hat lang gedauert. Es ging in die Arme, es ging in den Rücken. Man muss das vernünftig machen. Wenn man das vernünftig macht, sieht das aus, als würde man im Krebsgang da lang gehen und immer hauen. Aber es ist vernünftig. Es ist keine Angst. Das hat funktioniert mit dem Handstampfer. Da bewegt sich gar nichts mehr, weil es sind ja auch nur 6 cm. Und das sind 10, also ungefähr 6 cm. Und es geht. Ja, dann drüber als Schutz vor Unkraut. Ein Unkrautvlies. Das liegt zwischen Frostschutz, Schotter und Kies. Und dann habe ich mir überlegt, damit ich den Kies besser abziehen kann, dass ich, da sieht man ihn noch, immer schön mit Schubkarre rangekarrt, dass ich mir zwei Rohre reinlege, zwei Plastikrohre, und die ich dann benutzen kann als Abzugsschienen, dass ich die in Waage bringe, auf die richtige Höhe, und dann kann ich den Schotter, beziehungsweise den Kies, vernünftig abziehen. Ja, weil ich keine vernünftige Abziehschiene für Kies habe, war das eine ganz okaye Lösung. Das Problem ist nur, ich habe die Plastikrohre draußen gelagert, und es wurde dann Herbst, da wurde es dann auch mal kalt, dann hat dann doch mal die Sonne wieder drauf geschienen, und Plastik bleibt leider nicht gerade. Gerade so Plastikrohre, wenn du die draußen lagerst, also wurden die Schienen dann auch nicht wirklich gerader davon, und das Abziehen wurde nicht wirklich einfacher. Das ist ganz okay gewesen, um eine einigermaßen ebene Fläche zu haben, hat leider nicht so wirklich funktioniert. Und das Ende vom Lied war das hier, ich habe halt doch noch mal jeden Stein, den ich gelegt habe, mit der Wasserwaage kontrolliert, ausgerichtet, natürlich mit dem Gummihammer festgeklopft, und deshalb hat das auch länger gedauert. Ich wollte das vernünftig haben, und ich wollte das in Waage, natürlich mit Gefälle vom Haus weg, aber trotzdem in Waage haben. Und so haben wir dann, ja, immer ein Stückchen weiter gemacht, nach Feierabend, wenn das Wetter gut war, wenn es nicht zu kalt war, wenn es nicht geregnet hat, und immer Stück für Stück für Stück. Geschnitten habe ich das Ganze mit einer Flex. Das hat ein bisschen Übung erfordert, weil mit einer Flex kannst du jetzt nicht unheimlich schöne Schnitte machen. Das ist ein relativ grobes Werkzeug, mit einer großen Betonscheibe, beziehungsweise also für Beton, Diamant bestückt. Und naja, dann sind mir einige Platten durchgebrochen, weil dann hocke ich da drauf, mit meinen Knien, hau mir einen Gummihammer, und dann knack. Da hast du dann schon wieder den Kaffee auf. Da würdest du am liebsten Schluss machen, und sagen, weißt du was, leckt mich doch an. Aber darfst du natürlich auch nicht, darfst dich nicht zu sehr aufregen. Ich habe zum Glück ein bisschen Puffer eingerechnet. Die Platten sind ja auch, wie ihr auf den Bildern seht, nicht sehr hoch, dreieinhalb Zentimeter. Und von daher, ja, die gibt es auch noch mal in länger. Und dann habe ich aber zu meiner Frau gesagt, wenn wir die nehmen, dann bitte die kurzen. Weil die sind natürlich leichter in Waage zu bringen, zu arretieren, als ein langer Stein. Und ich glaube, die Entscheidung war ganz gut. Ja, und so ging es dann weiter. Man sieht hier hinten noch die Werkbank mit der Flex. Immer mal schneiden, immer mal hinlegen. Am Anfang haben wir uns relativ viel Gedanken gemacht über das Verlegebild, weil wir haben da ja eine kleine Kante in der Terrasse. Man sieht es hier, damit das auch über das ganze Bild ein schönes Fugenbild ergibt. Man sieht dann hier noch auf dem Bild ganz gut, dass wir uns um eine Entwässerung gekümmert haben. Hier ist eine Drainage am Ende dieser Terrasse, weil da kommt halt doch mal einiges an Wasser zusammen oder sagen wir mal, es kann einiges an Wasser zusammenkommen, was dann da wegfließt. Das ganze Gefälle geht da hin. Wer weiß, was von der Wiese vielleicht noch da rumkommt, dann sammelt sich das alles an dem Punkt. Und deshalb haben wir da eine Drainage reingelegt, die das Wasser da einfach ein bisschen abtransportieren soll, falls es mal nötig ist. Hier sieht man es auch nochmal von der Seite ganz gut. Da hinten haben wir einen Hang, da kann das Wasser gut versickern, da kann das gut ablaufen. Und dann, ja, man sieht mich hier auf Knien immer schön mit Knieschutz beziehungsweise Kniepad und dann immer Stein für Stein für Stein. Ja, bis es dann irgendwann so aussieht. Das war noch heute Morgen das Bild. Vorm Spazierengehen habe ich das noch gemacht. Da ist dann auch schon Fugensand eingebracht und eine Mähkante sieht man hier über der Drainage. Also hier drunter verläuft die Drainage. Man sieht aber leider, dass unsere Wiese ein bisschen zu hoch geraten ist. Ist leider so. Da müssen wir uns noch überlegen, was wir da machen, ob wir da nochmal ein bisschen was abtragen. Hier in dem Bereich, hier vorne geht es ja, aber in dem Bereich nochmal was abtragen und das so ein bisschen sanfter auslaufen lassen. Ich denke, das werden wir machen. Da wird dann auch mal ein bisschen Wiese dran glauben müssen. Aber das lassen wir jetzt so. Das stört uns nicht wirklich. Wir haben jetzt eine schöne Terrasse. Hier hinten sieht man schon den Tisch. Der ist halt abgedeckt. Und der würde dann hier drauf kommen. Wie gesagt, das Ganze ist viereinhalb Meter mal drei Meter zwanzig. Auf der langen drei Meter hier hinten, wo die Ecke weg ist. Und so sieht man jetzt auch den Tritt von der Terrasse hoch in das Haus. Und das ist echt ein guter Tritt. Das ist so eine, sag ich mal, Fuß-Schuh-Breite. Dann tritt man zuerst auf die Blockstufen und dann ins Haus. Und das passt wunderbar und sieht auch echt schön aus. Dieses Bild habe ich gemacht, um nochmal ein, zwei Sachen zu den Platten zu erzählen. Das Ganze ist Beton von der Firma Kahn. Das nennt sich Lockplank oder so. Und ich wollte euch da die Struktur zeigen, weil das sieht wirklich aus wie Holz. Und da muss ich wirklich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie gesponsert bin oder was auch immer. Aber ihr kennt das, wenn ich von einer Sache überzeugt bin und Freude daran habe und wenn eine Sache funktioniert und ich stelle mir sie so irgendwie vor und das ist dann auch so. So wie ich Videos über Schwörer gemacht habe und ich habe nie einen Cent von denen gesehen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas gut ist, dann bin ich da auch mit Begeisterung dahinter. Und so finde ich diese Steine auch sehr gut. Weil wir haben uns verschiedene Konzepte angeguckt. Holz, WPC und normale Terrassenplatten, Beton, Feinsteinzeug. Was gibt es da so? Feinstein ist uns zu fein. Wir wollen keine Terrasse für, ich sage jetzt mal, nicht böse gemeint, Schickimicki haben, sondern da sollen auch mal Kinder drauf spielen. Da kann man vielleicht auch mal mit dem Cat Car drüber fahren oder einfach mal drüber, keine Ahnung, in den Stuhl ziehen. Das muss robust sein. Holz kann das ab. Gut, das splittert immer ein bisschen was ab. Das muss man halt bedenken. Feinsteinzeug ist halt schon ziemlich teuer und wer weiß, ob da mal was bricht. Und da hatten wir ein bisschen Bedenken. Betonplatten oder Beton-Terrassenplatten, die können das ab. Und WPC. Ja, WPC ist ja sogar ziemlich haltbar und noch ein bisschen fester als Holz. Und so haben wir uns das mal angeguckt. Ja, und dann waren wir bei einem örtlichen Holz- und auch WPC-Händler. Er ist eigentlich spezialisiert auf Holz, aber er würde auch, oder er führt auch gewisse WPC-Produkte. Und wir haben uns beraten lassen, wir haben uns mal im Baumarkt umgeschaut, haben für und wieder mitbekommen und haben über Hohlkammerprofile und Vollprofile gelernt. Nehmt nicht die Hohlkammerprofile, wenn ihr schon WPC nehmt. Und unterm Strich muss man sagen, WPC ist an sich schon echt gut. Wir wollten aber auch eine Terrasse haben, die legen wir hin und dann haben wir mindestens 10, 15 Jahre Ruhe. Bei WPC kann man das. Man muss dann schon aber ganz schön mal in den Geldbeutel lang. Aber dann kann man sagen, okay, das funktioniert. Der Aufbau ist aber relativ, sagen wir mal, nicht so ganz unentspannt. Man muss eine gewisse Unterkonstruktion haben. Es gibt da eine teure Variante mit einer wirklichen Unterkonstruktion oder aber mit einbetonierten Trägerplatten oder Waschbetonplatten oder sowas. Dann ist aber der Austausch einer WPC-Terrassendiele nicht ganz so ohne. Also wenn da mal was ist, das kann ja sein, dann muss man die ganze Terrasse bis dahin abnehmen und wieder hinlegen. Das ist also auch nicht so schön. Und dann der ganz, ganz große Nachteil für uns, das ist eine Terrasse, wo den ganzen Tag oder drei Viertel des Tages die Sonne draufsteht. Und WPC wird sehr, sehr, sehr heiß. Da kannst du dann im Zweifelsfall nicht mal eben barfuß auf deine Terrasse, weil dann riecht es nach gebratenem Fleisch, sagen wir mal so. Oder auch wenn Kinder drüber laufen, denen ist es dann einfach ein bisschen zu heiß und das wollten wir nicht, vor allen Dingen für den Preis. Und dann haben wir uns doch noch mal entschieden. Wir haben uns aber auch vor Ort über Holz informiert. Und das klingt auch alles echt gut. Vor allen Dingen das Naturnah finden wir recht gut. Das Problem ist aber, ich will wirklich dann eine Terrasse haben, wo ich nicht mehr dran gehen muss. Wo ich vielleicht einmal mit dem Schrober drüber gehe, weil den auch Hochdruckreiniger soll man ja nicht. Das ist ja ein bisschen zu aggressiv. Gut, also mit dem Schrober drüber und aber hinlegen und gut. Und wenn mal was ist, am liebsten eine Diele oder eine Platte einfach hochnehmen und austauschen. Bei Holz geht das sehr gut. Die sind ja nur festgeschraubt. Schraubst du ab, legst die neue hin, schraubst fest. Holz hat aber den Nachteil, dass es natürlich arbeitet. Dann hat er von seiner Terrasse erzählt, hat gesagt, ja, im Winter kommt die da hoch und im Sommer geht sie da wieder runter und dann arbeitet die halt und dann kenne ich schon, ach, die Ecke wird bald wieder hochkommen, da knarzt es dann und dann habe ich auch gesagt, weißt du, das ist nicht so ganz das, was ich will. Da bin ich ein bisschen zu, ich sage es ganz ehrlich, auch ein bisschen zu faul zu, mich darum zu kümmern. Und wenn es neu ist, möchte ich was haben, was dann auch nicht irgendwo hochkommt. Da bin ich dann auch ein bisschen pingelig und ich will die Ecke, die soll da nicht hochkommen, das soll gerade sein. Seht ihr ja, dann habe ich ja jeden Stein noch mit der Wasserwaage und so. Und dann haben wir uns umgeschaut und dann haben wir eben die gefunden. Und hier muss ich wirklich sagen, das ist jetzt die kleinste mögliche Fugenbreite, drei Millimeter, drei bis fünf sind angebracht. Wir wollten nicht so große Fugen haben, weil ja auch die Dielen, wollte ich ja fast schon sagen, die Steine nicht so lang sind. Aber die sind robust und nicht nur robust im Sinne von, die Verlegung ist einfach, sondern auch robust im Sinne von, die können erst mal ein paar Jahrzehnte liegen. Die dunkeln natürlich auch nach, das ist ganz klar. Aber das ist halt so. Die sehen halt aus wie Holz und dann wollte ich jetzt auch schon fast gerade sagen, das ist halt so bei Holz. Nee, es ist ja Beton. Aber dann sieht das halt ein bisschen aus wie alte. gealtertes Holz. Und wenn da mal eine Platte bricht, dann kann ich die hochnehmen, austauschen und fertig. Ja, und zum Abschluss, hier sieht man jetzt noch ein Bild, wo, hier ist noch nicht mal die Rasenkante fertig gemacht, wo wir uns dann das erste Mal auf unsere Terrasse gesetzt haben, auf unsere neue Terrasse. Und ich glaube, das war irgendein Mittag, wo ich gerade am Arbeiten war und einfach mal Pause gemacht haben und auf unserer Terrasse gegessen haben. Das war auch echt schön. Ach ja, und hier habe ich noch ein Bild gemacht. Das ist im Moment unsere Schmuddelecke hinterm Haus. Man sieht die beiden Kellerfenster und ja, da wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen, was wir da machen, wie es hier beim Sockel weitergeht. Ich denke mal, die Riemchen werden wir noch weiterführen. Aber wie wir die Fenster da einfassen, man sieht da die Dämmung des Kellers mit natürlich der Noppenbahn und das muss noch alles befestigt werden, nett gemacht werden. Der Hang oder da sagen wir mal die Erde, da muss noch abgefangen werden, dann soll hier, man sieht schon die Trampelfahrt, damit gehen wir immer lang. Da muss dann ein richtiger Weg entstehen. Ja, das ist dann so ein bisschen unsere, wie gesagt, unsere Schmuddelecke. Ich glaube, sowas gibt es immer in irgendeinem Garten, gerade wenn noch das alles noch nicht so fertig ist, alles noch ein bisschen im Bau ist und ja, sowas braucht man aber auch. Man braucht ja einen Ort, wo man das alles so ein bisschen hintut. Da guckt man auch nicht so oft hin und ja, auf jeden Fall, man muss sagen, ihr habt da ja gerade gesehen, warte, ich switche nochmal zurück. Hier, das sind ja Lichthöfe, nennt man das ja. Hier hinten ist auch noch ein Kellerfenster, genau wie hier und die bringen was. Das muss man wirklich sagen, keine Lichtschächte, sondern Lichthöfe und die bringen doch nochmal mehr oder wirklich viel mehr Licht in den Keller als bei den Lichtschächten. Bring natürlich auch mehr Arbeit, keine Frage, sie brauchen mehr Platz, überhaupt keine Frage. Man muss im Garten gucken, was kann man da machen, aber da bei uns hinterm Haus, da kann man das schon machen und wir wollten da auch durch diese Dinger mehr Licht in den Keller bekommen. Gut, ja, das war es von den Themen, die jetzt wirklich neu waren, über die man berichten kann, wo es sich jetzt endlich mal gelohnt hat, dieses Video hier aufzunehmen. Es gab dann noch auch im Rahmen der Fragen, hey, wann gibt es denn mal wieder was Neues, immer mal Fragen zu anderen Themen, ganz häufig auch zu Smart Home, Haus-Technik und so. Da kann ich leider nur sagen, da ist nichts weiter passiert, auch weil dieses Gedöns, dieser Bereich halt ein sehr teurer ist. Es ist nicht so, als hätte ich mich da nicht schon, hätte ich da nicht mal links und rechts geguckt, was gibt es denn da so. Aber ja, dann überlegst du dir, ich würde schon mal gerne irgendwie auf der Terrasse sitzen nächstes Jahr, wenn das Wetter schön ist und dann ist die Haustechnik doch nicht so wichtig, weil die Rollos gehen auch so hoch und runter und alles Weitere geht auch so. Geplant ist ja auf jeden Fall diese LED-Leuchte, dieses indirekte Licht im Wohnzimmer, auch gesteuert natürlich über Smart Home. Dann hätte ich gerne noch, ich würde gerne, wenn man so sagen kann, in den sauren Apfel beißen, was die Somphi Home Station, wie nennt sich diese Hub da, Tahoma heißt sie, also auf jeden Fall der Hub von Somphi, damit wir doch die Rollos ein bisschen netter steuern können. Da gibt es ja schöne Sachen, ich hätte da viele Ideen, die man machen könnte, weil jetzt ist es zum Beispiel so, auch jetzt im Winter draußen, Minusgrade, die Sonne scheint rein, es wird zu warm im Haus, wir müssen verschatten. Ich meine, manchmal machen wir es auch nicht, weil wir dann sagen, liebe Heizung, wir helfen dir jetzt mal ein bisschen, dann unsere Stromkosten sind sowieso sehr niedrig, toi toi toi. Wir sind im Moment bei unter 80 Euro im Jahr und wir sind jetzt schon mehr als ein Jahr drin und das ist für, wie viel beheizte Fläche haben wir? Ich schaue mal gerade, ob ich euch das hier im Video zeigen kann. Das ist jetzt ungeplant, aber ich mache das jetzt mal eben einfach so. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit und habt noch Lust. Ich habe da eine Excel-Tabelle, beheizte Fläche, 134,37 Quadratmeter und wir sind bei Wärmestromkosten im Durchschnitt 75,18 Euro. Letztes Ablesedatum, 30.10.2020, wir haben heute fast einen Monat später, müsste ich mal wieder machen. Also finde ich schon echt nice, was unsere Heizung da schafft, aber auch natürlich mit der Sonneneinstrahlung und durch die Fenster. Naja, aber zurück zum Thema, dass man da die Rollos ein bisschen besser steuern kann, weil im Sommer kannst du das vergessen. Da musst du die Rollos runter machen. Jetzt machen wir es so, dann bevor wir zur Arbeit fahren oder durch Homeoffice jetzt Corona-bedingt und so bin ich ja oft hier und dann kann ich das mal eben machen, weil sonst ist es zu warm im Haus. Und Lüftung aus, im Sommer komplett aus. Das müssen wir auch machen. nachts dann wieder hochdrehen, aber tagsüber, wenn dann entweder sowieso keiner im Haus ist oder nur ich, mache ich die auf Aus, auf Null. Weil dann ist es so warm draußen und durch die Sonneneinstrahlung. Naja, aber das führt jetzt zu weit. Das ist auch ein Thema, was wir vielleicht im Sommer dann nochmal angehen können. Aber wenn euch das interessiert, schreibt gerne in die Kommentare, wie macht ihr das denn im Sommer? Bei uns wird es so warm? Oder ihr kennt das ja. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare und dann kümmern wir uns drum. Okay, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Endlich mal wieder ein Update-Video. Und jetzt muss ich das Ganze noch schneiden. Ich denke, das schaffe ich heute noch hochzuladen. Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr, sehr gerne bei einem nächsten Video. Es wird aber wahrscheinlich wieder lange dauern, weil als nächstes, jetzt kommen die Wintermonate, dann geht es wahrscheinlich im Keller weiter, weil draußen ist ja nicht mehr viel bei dem Wetter. Und ja, Trockenestrich ist halt auch teuer, bis ich da was zeigen kann. Ich sage auf jeden Fall Bescheid. Oder ihr könnt auch gerne nochmal fragen, hör mal, Jan, wie sieht das denn aus? Und dann erkläre ich euch das und dann gucken wir mal, dann wissen wir mehr in ein paar Monaten oder vielleicht auch in wenigen, wir gucken mal. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Es war hoffentlich interessant und sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Macht es gut. 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 Vielen Dank.